Beim Dog to Cobra fangen wir in der Downward Dog Position an. Das bedeutet, wir schieben die Hüfte nach oben hinten zur Decke. Beine bleiben gerade, möchten die Hacken zum Boden hineindrücken, Kopf zwischen den Armen, wir drehen oder schrauben die Hände in den Boden rein. Danach gehen wir in die Cobra, möchten unsere Hüfte zum Boden bewegen. Stolze Brust, Blick geht zur Decke.